David Araya. Wie alt bist du und welche Position spielst du hier im Verein? Ich bin 14, also ich bin eigentlich bei der C1. Ich spiele heute mit und bin Verteidiger. Welche Vereine hast du bisher gespielt? Nur Siemens. Und deine Ziele im Fußball sind? Nur Spaß haben einfach. Und Fußballstar werden. Und was wollt ihr diese Saison erreichen? Ähm, naja, einfach mal gewinnen. Und welchen Tabellenplatz, also nicht absteigen, haben die anderen immer gesagt? Oder willst du schon höher hinaus? Ja, höher. Okay.